Der MediClean-Podcast. Fit werden mit Long-Covid. Das Thema heute? Ein Tag in der Reha. Hallo und herzlich willkommen zum MediClean-Podcast. Fit werden mit Long-Covid. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin super neugierig darauf, wie MediClean Long-Covid-Patienten hilft. Was passiert da in der Reha? Welche Behandlung gibt es, um wieder gesund zu werden? Wie läuft ein Tag in einer der Reha-Kliniken überhaupt ab? Long-Covid ist eine Herausforderung. Das haben wir in den vergangenen Folgen schon gehört. Denn die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten Symptomen. Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und vieles mehr tauchen da auf. Nancy Zahr von der Klinik am Rennsteig in Bad Tabatz in Thüringen weiß, wie Hilfe bei Long-Covid möglich ist. Sie leitet dort nämlich die Therapie. Bevor eine Therapie aber beginnt, muss ich ja erstmal überlegen, in welche Klinik ich gehen möchte. Deshalb habe ich sie mal gefragt, ob ich jetzt als Long-Covid-Patient bei MediClean in jede Reha-Klinik gehen kann. Da gibt es ja ganz viele bundesweit oder doch nur in ganz bestimmte. Grundsätzlich würde ich mal behaupten, ist es schon auch in allen Kliniken möglich. Aber wir haben ja Kliniken etabliert, die sich da ein bisschen besser drauf spezialisiert haben. Deswegen geben wir immer die Empfehlung, bleibt mal in den Kliniken, die sich jetzt schon drauf spezialisiert haben. Aber wenn ich jetzt als Rehabilitant eben nicht so weit weg möchte von meinem Wohnort und da ist eine MediClean, dann kann ich da genauso hin, weil wir sind mit denen ja genauso vernetzt. Denn die Patienten haben ein Wunsch- und Wahlrecht für ihre Reha. Allerdings gibt es Kostenträger, die eben auch ihre eigenen Favoriten haben und versuchen, die dann durchzusetzen. Da muss man eben das Gespräch suchen. Ein ganz wichtiges Stichwort ist aber gerade gefallen und zwar Vernetzung. Ein Long-Covid-Patient, der kann an verschiedensten Symptomen leiden, ich habe es gerade eben gesagt. Und da ist es eben nötig, dass auch die Experten aus den entsprechenden medizinischen Fachrichtungen zusammenarbeiten. Aber die sitzen natürlich nicht immer in einer Klinik, sondern eben verteilt über ganz Deutschland. Bei MediClean haben sich die Experten vernetzt. Und wie das funktioniert, das erklärt Jan Kiemöle. Er ist kaufmännischer Direktor an den MediClean Deister Weser Kliniken in Bad Münder in Niedersachsen. Das ist eine Besonderheit, die wir als Konzern leisten können, dass wir in sogenannten interdisziplinären Fallkonferenzen über jeden Patienten sprechen können. Das heißt, die Chefärzte und Leitenden Oberärzte bzw. Fachärzte aller Disziplinen kommen regelmäßig ein- bis zweimal in der Woche zur Fallbesprechung zusammen. Und dort gibt es die Möglichkeit, jeden einzelnen Fall auch ausführlich zu besprechen. Und darüber hinaus im Einzelnen, wenn jetzt wir in der Psychosomatik einen Fall haben, mit einem Neurologen nochmal face-to-face auch die Symptome zu besprechen. Und zwar online per Videoschalte. Und bei diesen Gesprächen wird dann gemeinsam überlegt, ob und wie der Therapieplan angepasst werden muss, um optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse der Rehabilitanten zu passen. Nicole Steger vom Reha-Zentrum Roter Hügel in Bayreuth in Bayern. Es ist relativ schwierig, da wirklich ein Therapiepaket zu schnüren für Post-Covid, weil die Symptome wirklich sehr unterschiedlich sind. Wir haben mal so ein Standardpaket jetzt zusammengelegt, aber man muss dann wirklich bei der Aufnahme auch auf die individuellen Symptome eingehen und dann noch Therapien dazu buchen oder dann eben gucken, hat der Patient eher Probleme bei der Konzentration oder sind es Atemprobleme? Und da muss man dann individuell gucken, wie man den Patienten behandelt. Bevor es aber mit all dem losgehen kann, muss man erstmal in eine Reha kommen und die muss man beantragen. Und damit kommen wir zu einer der für viele wohl wichtigsten Fragen. Wie komme ich in so eine Reha? Wie funktioniert das mit dem Antrag? Wer kann mir da helfen? Am einfachsten ist es wohl für diejenigen, die wegen Corona im Krankenhaus sind und die Reha gleich als Anschluss Heilbehandlung machen sollen, erklärt Nancy Zahr. Ich denke mittlerweile ist es auch in den stationären Einrichtungen so in den Köpfen drin. Das war in der Anfangsphase natürlich nicht. Die Patienten sind nach der stationären Behandlung erstmal nach Hause ins Nirvana geschickt worden. Das hat sich ja jetzt glücklicherweise verändert. Also die kommen ja wirklich von der stationären Therapie sehr zeitnah auch in die Reha. Da wird das über die Sozialdienste natürlich gemacht. Wenn ich aber schon zu Hause bin und eben das nicht eingeleitet wurde, dann kann ich das über meinen Hausarzt direkt klären oder wenn ich mich selber so gut organisieren kann, dann kann ich das auch ganz alleine über die Krankenkasse direkt machen. Dann kann jeder über seine Krankenkasse eine Reha-Maßnahme beantragen. Funktioniert in der Regel auch reibungslos. Man muss nur, wenn die Rehabilitanten eine Ablehnung erhalten vom Kostenträger, dann dürfen die sich einfach nicht scheuen zu sagen, wir beantragen das nochmal, wir machen Widerspruch. Und dann landet das wieder bei den Kostenträger und in der Regel geht es dann auch durch. Aber dann kann halt auch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Also Geduld mitbringen und falls nötig Unterstützung vom Hausarzt holen, dann klappt es in der Regel. Und hoffentlich ganz schnell ist dann der große Tag da, die Ankunft in der Reha. Was da passiert? Nicole Steger. Also der Patient kommt zu uns, meldet sich an der Rezeption an, bekommt dann die ganzen normalen Aufnahmesachen oder Aufnahmeinformationen, wie alle anderen Patienten auch. Wir haben ein relativ strenges Testkonzept im Moment noch. Das heißt, der Patient bekommt bei der Aufnahme noch einen Schnell- und PCR-Test, wird dann sobald wie möglich natürlich über das Ergebnis informiert, kommt dann erstmal aufs Zimmer und dann findet am ersten Tag auch noch die ärztliche Untersuchung statt. Der Arzt guckt sich dann den Patienten an, macht die Aufnahmeuntersuchung und ordnet dann noch die verschiedenen Therapien an, die eben benötigt werden. Und diese Therapien bestimmen in den nächsten Wochen den Alltag der Rehabilitanten. Jeder Patient bekommt bei uns einen Behandlungsplan, einen Therapieplan, entweder ins Fach gelegt oder wenn er auf Station ist, über den Pflegedienst verteilt. Und da steht eigentlich der Wochenplan drauf. Das heißt, der Patient kann sich einstellen, was habe ich morgen, was habe ich übermorgen an Therapien. Da steht dann auch drauf, wo sie hin müssen. Da stehen dann auch die Visiten zum Beispiel drauf. Und wenn sich was ändert, bekommen sie einen neuen Therapieplan ausgehändigt. Das ist meistens eben früh Frühstück, dann über den Tag verteilt verschiedene Therapien, Mittagessen. Und ich denke, bei Long-Covid ist es auch wichtig, immer genügend Pausen dazwischen zu haben, weil die Patienten doch auch oft erschöpft sind oder gar nicht so viele Therapien am Stück schaffen. Gerade da besteht aber natürlich auch die Gefahr, dass die Gedanken wieder mehr um Sorgen und Nöte kreisen. Und deswegen sind gerade die Gruppentherapien und auch die psychologische Betreuung extrem wichtig in der Long-Covid-Reha. Nancy Zah weiß, was die Menschen in der Reha am meisten beschäftigt. Viele haben ihre Sorge, dass sie ihr Denkvermögen nicht mehr so zurückbekommen, wie es mal war. Also diese Konzentrationsfähigkeit. Da haben viele wirklich die größte Sorge. Die wenigsten haben die größte Sorge bei körperlichen Beeinträchtigungen. Weil da kann man ja ganz klar erkennen, Mensch, wenn ich jetzt das und das trainiere, wird es sukzessive auch besser. Das ist halt leider Gottes bei dem kognitiven Training für die Patienten immer nicht so präsent und so merkbar. Klar kann man anhand von den tollen Computerprogrammen, kann man denen alles zeigen. Man kann sagen, Mensch, am Anfang warst du da, jetzt bist du hier. Aber oftmals merken die das noch nicht. Sie merken einfach, Mensch, ich vergesse immer noch Sachen oder ich kann mich immer noch nicht ausdauernd konzentrieren. Ich schaffe es nicht, eine Stunde am Stück vielleicht mal was zu lesen. Und da haben die meisten einfach die größte Sorge, dass das nicht wieder zurückkommt. Umso wichtiger ist es, dass sich die Menschen wohlfühlen in der Reha. Und dazu gehört natürlich auch das Umfeld, beispielsweise das Zimmer. Jan Kiemille. Ich denke, wir sind da sehr, sehr vielfältig. Wir haben verschiedene Zimmer, also Beispiel der Deister-Visa-Klinik in Bad Münder. Wir haben sowieso ausschließlich Einzelzimmer für die Patienten, die wir betreuen. Darüber gibt es spezielle Komfortzimmer oder Zimmer für spezielle Bedürfnisse, sei es barrieregerecht oder ähnliches. Und ganz wichtig beim Thema Wohlfühlen ist natürlich auch das Essen. Oder Dinge wie zum Beispiel der Friseurbesuch oder die Fußpflege, Nancy Zahm. Das ist oftmals tatsächlich das größte Thema. Friseur und Fußpflege, die waren ganz lange im Krankenhaus im stationären Setting. Und fühlen sich jetzt einfach nicht so wohl. Die wollen endlich wieder Mensch sein. Und dann sind das so die prekären Probleme. Und die lösen wir aber auch mit den Menschen zusammen. Und Essen, da sind wir ja bei MediClean auch ziemlich gut im Standard. Dass wir sagen, egal in welches Haus du gehst, da hast du ähnliche Gegebenheiten. Kommt dann natürlich der örtliche Koch, gibt dann immer noch so seine persönliche Note mit dazu. Aber grundsätzlich ist es ja gleich. Und ich muss sagen, unsere Patienten bei uns im Haus beschweren sich nahezu nie. Beim Frühstück und Abendbrot gibt es immer mal, ja, es könnte noch ein bisschen mehr Abwechslung sein. Aber das sind diese Luxusprobleme. Noch einmal machen wir ja auch mit unseren Long-Covid-Patienten, die stellen wir auch in der Ernährungsberatung vor. Da wird also dann auch wirklich nochmal geguckt, wie lange war vielleicht eine Intensivstationsphase? Was müssen wir noch an Nährstoffen zuführen? Und dann bekommen die auch extra Essen nochmal zusätzlich. Also da werden sie gut aufgefangen und eingebettet. Und aufgefangen werden müssen die Rehabilitanten auch dann, wenn zwischendurch mal die Motivation verloren geht. Denn nicht immer geht es so schnell vorwärts, wie sie sich das wünschen. Nicole Steger. Da ist es ganz wichtig, dass man viel miteinander spricht, dass von Seiten der Therapeuten und der Ärzte da einfach auch ganz viel Motivation kommt. Und man eben Fortschritte dann vielleicht auch ein bisschen, also auch dokumentiert, damit man auch dem Patienten zeigen kann, am Anfang war es noch so und nach einer Woche ist das jetzt schon viel besser geworden, dass man ihm das dann auch vor Händen hält. Und zwar mit einem Patiententagebuch. Das bekommen die Patienten ausgehändigt und können darin beispielsweise ihre Lieblingsübungen eintragen oder welche Fortschritte sie bisher gemacht haben. Das können sie natürlich dann auch mit nach Hause nehmen und sie können ihre Ziele dann auf so eine kleine Postkarte schreiben. Das heißt ihre Therapieziele oder ihre Ziele auch für den Alltag, was sie in der nächsten Zeit erreichen möchten. Und es wird dann zwei bis drei Monate nach dem Aufenthalt, wenn die Patienten das möchten, ihnen nochmal per Post zugeschickt, dass sie da einfach nochmal vor Augen haben, das waren eigentlich meine Ziele und das im Alltag dann auch wieder besser integrieren und da nicht gucken, dass man das wieder so hinten fallen lässt. Miteinander reden, miteinander kommunizieren, in Kontakt bleiben, damit es vorwärts geht, damit sich etwas tut und damit man auch sieht, was sie schon getan hat. Das ist gerade bei Long-Covid für viele Patienten enorm wichtig. Wichtig ist es aber auch, dann zu reden, wenn vielleicht etwas noch nicht so gut läuft. Und das gilt auch und gerade für die, die mitten in der Therapie stecken. Wer sich da als Patientin oder Patient überfordert fühlt oder denkt, da passt was noch nicht so, der sollte das unbedingt ansprechen, sagt Nancy Zah. Sucht den Kontakt zu uns Therapeuten. Wenn ihr merkt, euch geht es nicht gut, dann kommt zu uns. Wir können den Therapieplan tagtäglich anpassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wir brauchen natürlich das Feedback der Patienten. Ansonsten geht es so durch, wie es vom Arzt und von der Therapieplanung dann eben so geplant wurde. Die Corona-Pandemie macht natürlich leider auch vor den Kliniken von Mediklin nicht halt. Deshalb gelten natürlich auch hier die entsprechenden Maßnahmen und Regeln wie Maskenpflicht, Hygiene und Abstand. Jan Kiemille. Wir haben Platz geschaffen in allen Bereichen. Wir für uns in Bad Münder haben den großen Vorteil, dass wir ein sehr weiträumiges Haus haben. Breite Flure, viele große Gruppenraumkapazitäten. Das ist leider nicht überall der Fall. Sodass wir normalerweise einen Speisesaal für 210 Personen haben bei 200 Betten. Den haben wir halbiert und haben die Zeiten verdoppelt, sodass die Patienten jetzt einfach mit halber Menge und Abstand auch im Speisesaal teilnehmen können. Es gibt klare, abgestimmte Hygienekonzepte, auch was Buffet formen. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Die Maskenpflicht, die natürlich überall in den Bundesländern zwar noch ein bisschen unterschiedlich ist, aber wir als Konzern, glaube ich, sind da sehr einheitlich aufgestellt. Abstandsgebote, das ist ein wichtiges Thema, was uns im Alltag doch teilweise auch wöchentliches Umdenken natürlich abverlangt, weil Verordnungen sich im Wochen- oder Halbwochenrhythmus ändern. Und ich sage mal, das ist ein spannendes Thema. Man wird automatisch zum Hygieneexperten, aber wir sind da auch über externe Institute und Krankenhosehygieniker sehr gut beraten. Denn wer in eine Reha geht, der macht das, um gesund zu werden. Keiner will sich nochmal anstecken. Umso wichtiger ist es, dass diese Regeln und Maßnahmen nicht nur eingehalten, sondern auch kontrolliert werden. Und das machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist natürlich in jedem Haus etwas anders geregelt und je nach örtlichen Bestimmungen. Also es gibt Häuser, die ganze Einlasskontrollen haben, weil die Inzidenzen so hoch sind. Und das Kontrollieren bei uns kommt an der Rezeption auch niemand ohne, ich sage jetzt mal, Test, Impfnachweis, Masken, Ähnlichem vorbei. Im Gebäude ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Es sind alles weitläumige Gebäude. Wir haben hier 331 Patienten im Normalfall im Haus verteilt auf mehrere Gebäude. Und da ist es tatsächlich eine Mammutaufgabe, wo jeder Mitarbeiter die Verantwortung mitträgt, mit einer Freundlichkeit, aber auch mit einer gewissen Stringenz das durchzusetzen, dass unsere Hausregeln wie Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich auch für eine Reha bei MediClean interessieren, dann besuchen Sie gerne unsere Internetseite mediklean.de. Da finden Sie viele weitere Informationen. In der nächsten Folge wenden wir uns dem Thema Long Covid und die Psyche zu. Denn nicht nur körperliche Symptome machen den Menschen zu schaffen. Viele fragen sich auch, was passiert da mit mir? Werde ich wieder fit? Long Covid macht vielen Menschen Angst, weil sie nicht wissen, was die Krankheit ihnen bringt. Ich spreche dann mit Frau Dr. Césaire Melisande Lammers. Sie arbeitet an der MediClean Klinik Reichshof in Nordrhein-Westfalen. Schalten Sie gern wieder ein. Wir freuen uns. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn bitte auch. Viele Menschen sind auf der Suche nach Informationen zu Long Covid und wir möchten dazu beitragen, dass Expertenwissen zur Verfügung steht. Deshalb helfen Sie uns, indem Sie die Folge zum Beispiel Freunden oder Kollegen schicken. Wir erscheinen alle zwei Wochen, immer am Montag. Bis dahin, Ihr Olaf Brinkmann.